Moin Leute, hallo. Ich bin Honor von der Kitcheneria und wollte euch heute zeigen, wie man eine richtige Bratwurst macht. Was in einer geilen Bratwurst nicht fehlen darf, ist Schweinefleisch und natürlich auch ein bisschen gutes Rindfleisch. Dazu habe ich noch mal ein paar Zutaten für euch zusammengestellt, also ein bisschen Zwiebeln, bisschen Knoblauch, Frühlingszwiebeln. Einfach grob hacken. Jetzt nehme ich nun mein Fleisch. Wir brauchen ca. solche Stücke. Hier haben wir unser Stück Schweinebauch. Daran arbeiten wir jetzt. Das Gute dabei ist, wir arbeiten hier ausschließlich mit frischen Zutaten. Hier ein bisschen süßen Paprika edelsüß. Hier habe ich Kreuzkümmel. Alles frisch, keine Extrakte, richtige Gewürze. So, hier haben wir unseren Zimt. Zimt ist Gewürzeliebe. Und hier haben wir noch ein Gewürz, weil die extrem gut mit Zimt kombiniert und vor allem harmoniert, ist unser Vanille. In der Küche ist es sehr, sehr wichtig, also die Haptik, die Hände. Man muss es anfassen, man muss es fühlen. Hab keine Angst, fass gerne an und vermeng schon die ganzen Zutaten. Perfekt. Und jetzt stellen wir den zur Seite. Ich muss einmal meine Hände waschen. Bitte kurz warten, ich komme sofort. Und jetzt zu guter Letzt einen Schuss Olivenöl. Jetzt geht's richtig um die Wurst. So, hier haben wir unser Naturdarm. Und nun ist unser Bratwurst fertig. Mit Rind- und Schweinefleisch, mit leckeren Gewürzen, Zimt und Vanille. Ich wünsche euch einfach guten Appetit. Grüßtchen! Junge Mäli